Ja, hallo und herzlich willkommen, ich bin Robert Rahl und ja, das ist ein weiteres Informationsvideo von mir, so schnell nacheinander, aber es geht um verschiedene Sachen, einmal das 20-Oponenten-Special natürlich, das Let's Play, was ich da machen wollte, und ja, ihr konntet hier auf meinem Kanal, hier, hab ich das Video schon geöffnet, weil ich halt aussuchen zwischen zwei Projekten, was ich machen sollte, zwischen Shugun 2, und Majestie, das könnt ihr auch noch weiterhin machen, ich gebe euch bis morgen, das ist der 23. Dienstag, gebe ich euch bis 15 Uhr Zeit, hier nochmal eure Stimme dazu zu tun, auf einem der beiden Videos, ist mir egal auf welchen, aber falls ihr noch abstimmen wollt, welches Projekt gemacht werden soll, dann habt ihr jetzt nochmal die Chance dazu, morgen um 15 Uhr ist dann die Deadline, Da werde ich dann ein Video hochladen, welches, und verkünden, welches Let's Play gemacht werden wird, und ja, dann werde ich wahrscheinlich direkt danach anfangen, die erste Folge aufzunehmen, und ansonsten, dann gibt es nicht viel zu sagen, eigentlich, da habe ich mich ganz schön in der Rund, ähm, gibt es noch, ja, genau, ich hatte, vor drei Tagen, am 19. hatte ich, ja, das 20-Oponenten-Special hochgeladen, und heute, da habe ich schon 29-Oponenten, also ich weiß nicht, das finde ich Hammer, also, innerhalb von drei Tagen habe ich 9 Abonnenten bekommen, das sind nicht echt, echt nicht schlecht, also, zum Glück mache ich keinen 30-Abonnenten-Special, ab 50 mache ich wieder ein Special, nur so nebenbei, Spoiler, Spoiler, ähm, aber bis dahin ist, dauert es natürlich noch ein bisschen, nein, was willst du immer damit, äh, bis dahin dauert es natürlich noch ein bisschen, aber, ich, wie gesagt, ich finde es Hammer, ich meine, das ist, 9 Abonnenten, das sind, das sind 9 Leute, die müssen, ich finde es Hammer, einfach nur, das wollte ich euch nochmal sagen, ihr seid alle Hammer, ihr seid alle geil, oh, das kommt vielleicht ein bisschen komisch rüber, aber, einfach, das ist, äh, ja, das bewegt mich schon ein wenig richtig, also, ich habe das, ich mache das ja natürlich auch Spaß, aber, zu sehen, dass, schon fast 30 Leute, sich meine Videos angucken, äh, das ist, auf jeden Fall inspirierend für mich, damit, dann weiß ich auch, dass ich, dass ich es gut mache, und dass ich auf jeden Fall weitermachen soll, so, und das werde ich auch tun, ähm, ja, ich danke mich dafür, dass ihr zugesehen habt, nicht vergessen, morgen, Dienstag, den 23.04.2013, mit 15.00 Uhr, ist die Deadline, für das Abstimmen, also, wenn ihr nochmal wählen wollt, macht es jetzt, morgen ist 15.00 Uhr, es ist zu spät, und, ich freue mich schon auf das Projekt, egal welches ist, ähm, also, ich hoffe natürlich, dass es euch genauso, dass ihr euch genauso drauf wollt, wie ich, und, und, ja, das war's, äh, ich verabschiede mich von euch, ich bin, Lord Rahl, wir sehen uns dann, spätestens morgen wieder, bis dann, macht's gut.